Ah, ich habe keine Energie. Moment mal, und kein Geld. Warum habe ich kein Geld? Hä? Was soll das denn? Warum habe ich kein Geld mehr? Ich habe da eben 1000 Edelsteine gehabt. Was? Oh nein! Oh Gott. Wir fahren nach Hause, du dummer Sammler, ey. Ah, fuck. Hubschrauber, kümmert euch mal darum, bitte. Ja, ich weiß. Fahr nach Hause. Alter, kümmert euch um den Mammut. Scheiß drauf. Natürlich muss er sich genau jetzt bewegen, ey. Fuck. Ja, das schafft ihr. Nein, es reicht nicht. Doch. Boah, es reicht genau. Sehr gut, ey. So. Boah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wieso konnte ich eben die Karte sehen, obwohl das Energieniveau weg war? Hä? So. Aha. Okay. Sehr interessant. Muss ich... Ah, was war das denn? Der hat einfach dann... Was geht hier ab? Achso. Okay. Schieß doch mal weiter auf einen, Mensch. Ah. Oh Gott. Du auf den... Ja, ja, genau. Du auf den Panzer. Alter! Hubschrauber. Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, danke. Dummer Raketenwerfer. So. Das passt schon so. Oh, Mann, 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 Mann. Viele Gebäude gehen bei mir drauf. Was höre ich da schon wieder? Oh, Mann. Ich habe gleich keine Kohle mehr, Mann. Das muss doch nicht sein. Wirklich nicht. Ist das dumm. Das ist so dumm. Jetzt kann ich erstmal meine Verteidigung wieder aufbauen. Das wird auch Geld kosten. Äh, Mensch. Scheiß Mammutpanzer hier, ey. So. Hubschrauber einfach mal da drauf, bitte. Die werden schon damit fertig, ja. Sehr gut. So. Alter! Wo kommt jetzt die MIG her? Ah, hier die Energie. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, komm. Schafft ihr. Und der Stützpunkt hier angekriegt. So. Halt. Bitte was? Jetzt kommt ihr auch noch mit Hubschraubern an. Bitte was? Das ist jetzt nicht sein... Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, wahrscheinlich, weil ich seinen Stützpunkt da unten angegriffen hab, hä. So, Schlachtkreuzer. Schieß da einmal rein. Und zack, alle weg. Das ist so geil. Ey, das... Hallo! Ah, hab ich doch nicht nervös. Mensch. So. Äh. Geschützturm. Ja, ich muss aufpassen, ey. Ganz schön anstrengend, ey. Ganz schön anstrengend. So. Hier unten muss ich auch nochmal erstmal aufbauen. So, dann hier oben den noch. Mit dem Restkohle... Geld, was ich hab, repariere ich mal. So, alles klar, Gott sei Dank. So, der hat jetzt erstmal eine Kohlelieferung abgeschickt. Alter Schwede! Alter Schwede. Ich glaub, ich hol mir mal die Kohle da oben. So, hier oben den Turm nachbauen. Hier reparieren. Kann der da oben drauf schießen. Kommst du so weit? Kommst du so weit? Also dahin auf jeden Fall. Kommst du so weit? Flugzeuge. Alter. So weit kommt er nicht. Schade. Okay, gut. So. Alter, ich muss jetzt erstmal nochmal überlegen. Also, ein Sammler ist auf jeden Fall auch weg. Den muss ich auch nachbauen. Und warum bringt der jetzt 20 Dollar rein? Geht doch hier oben hin. Ja. Ein Sammler bauen. Ja, okay. Aber ich hab ja den... Alter! Wie viele Spawner hat der? Ich hab doch eigentlich keine Kohle für so einen Mist. Na, ich muss Dings bauen eigentlich, ne? Alter. Schießt die Mammutpanzer platt. Bumm. Oho. Direkt die Hälfte weg. Na gut, dann. Ich guck nochmal gerade. Ja, passt. 45 Minuten. Alter, krass. Da kommt der nächste Mammutpanzer. Ich hab doch keine Kohle zum reparieren. Äh. Freunde. Mensch. Kann doch nicht was. Alter. Was kommt der an? Es kann sein, dass ich das nochmal neu laden muss. Alter Schwede. Mein Team 1 ist weg. Ja, super. Äh. So, der dritte Sammler endlich. Aber Schlachtkreuzer, komm mal zurück. Muss mal hier reinschießen. So. Alter Schwede. Und die Hubschrauber. Komm schon. Du musst mal helfen, bitte. So. Alter. Nächste. Alter. Mach doch nicht meine eigenen Kraftwerke im Arsch. Boah. Halleluja. Das ist schon nicht schlecht. Ah, danke. Supergeil. Und was macht ihr? Seid ihr denn des Wahnsinns? Alter. So, das hab ich nochmal überlebt zum Glück. So, ich muss jetzt einfach sehen, dass irgendwie Kohle reinkommt. Hier muss einfach irgendwie nur die Kohle rein. Ja. Nervt doch nicht. Mann. Hey. So. Ich muss irgendwie gucken, dass hier Kohle reinkommt. Und ich muss mehr Flax bauen. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat mir jetzt... Das ist immer so ärgerlich. noch ein Sammler. Das ist immer noch ein Sammler. Alter. Alter. Das ist doch unnormal. Der Schlachtkreuzer. Der Schlachtkreuzer. Ja gut, okay. Da kommen aber jede Menge Manneken. Da unten. Schieß sie weg. So. Die auch weg. Die Mix gehen wir mittlerweile richtig auf den Sack. Ich brauche gleich erstmal Flak. Ich brauche gleich erstmal Flak. Erstmal Flak bauen jetzt. So. Erstmal eine vernünftige Flak bauen. Mach die kaputt. Los. Oh, sehr gut. Sehr gut. Alter Schwede. Das ist ganz schön anstrengend. Das ist ganz schön anstrengend. So. Was? Ja, ich habe kein Geld mehr. Ich weiß. Shit. So. Der dritte Sammler ist bereit. So. Sehr gut. Dann. Äh. Okay. Wo ist der Schlachtkreuzer? Da ist der Schlachtkreuzer. Kümmer dich mal darum, bitte. Alter. Geht übelst auf den Sack. Der trifft nicht, ne? Wie ist denn seine Verfehlrate? Gut. Also ungefähr hier hinschießen. Na, noch ein bisschen nach oben. So. Also immer noch nicht, okay. Dann halt so. Alter, dieser Scheiß-Mix, ey. Ja, natürlich. Jetzt will er auch noch meine Chronosphäre haben. Der wird immer unverschämter. Der wird immer unverschämter. Ist doch unfassbar, ey. So, der trifft. Sehr gut. Da kommen die Nächsten an. Da kommen schon die Nächsten an. Alter Schwede. Die Schütztürme. Oh. Oh, Gottes Willen, ey. Also, ich hab hier zwei Flachs stehen jetzt. Weg damit. So. So. Und direkt helfen hier. Schlachtkreuzer, ja. So. Der ist weg. Sehr gut. Scheiß Raketenwerfer, ey. Mach den weg. Komm. Alter. Bunker. Ich hab doch keine Kohle für so einen Mist, ey. Ohne Scheiß. Das wird zu viel. Das wird einfach zu viel. So. So, ich muss mich nochmal neu komplett aufbauen, ey. So. Immerhin läuft die Kohle jetzt ein bisschen besser. Der kann man weiter hier drauf schießen. So. Zack. Weg mit denen. Die Nerven. Wahrscheinlich ist es beide weg. Nein, einer weg. Okay, immerhin das. So, Bunker bauen. Energie weg. Dump noch mal. Schon nicht schlecht, ja. Schon nicht schlecht. Jetzt greift ein anderes Ziel an. Oh, Mann, ey. Haha. Weg mit der Scheiß-Wig. Ja, der ist... Die sind beide weg. Sehr gut. Okay. Was zur Helle? Egal. Das passt. Noch ein... Nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst, Alter. Das kann... Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Sammler weg. Holt die runter, komm. Alter, das gibt's doch nicht. Wo kommen diese Mix her? Sind das Spawner? Sind das etwas... Nee, das sind keine Spawner. Der muss die immer nachbauen. Okay. Gut. Geschützturm. Was machen die da hinten? Oh, Mann, ey. Das gibt's doch echt nicht. Ich brauch mehr Verteidigung. Ich muss von dem unbedingt mal was... ...platt machen, ey. Alter Schwede. Bunker. Nein. Abbrechen. Der Tor muss... ...muss repariert werden. Ganz dringend. So. Okay, die Sammler. Da ist der Eiskalt... ...Eiskalt... Weißt du was? Hahaha. Die können weg. So, weg damit. Sehr gut. Okay, dann... Dann holt euch mal... Ich hab noch eine Artillerie. Holt euch mal die Kirche, bitte. Ich brauch unbedingt die Kohle. Ich brauch... Alter. Ich hasse das, wenn die nicht fahren. So. Jetzt. Okay, gut. Nochmal neu sammeln. Weißt du... Weißt du was? Der Schlachtbräußer stellt sich mal da hin. Der hat's echt auf meine Türme abgesehen hier, ne? Und auf die Energie hier. Na gut. So, hol dir die Kiste. Alles klar. Dann kann ich erstmal ein bisschen mehr bauen. So, gut. Alter Schwede, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Alter, 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 alter. Alter, 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 alter. So. Neues Energiekraftwerk. Du kannst mal auf den Sammler schießen. Du kannst mal auf den Sammler schießen, damit der jetzt auch mal einen verliert. Wenn du mal treffen würdest. Ja gut. Das war meine Artillerie da oben. Oh Gott. Das wird langsam echt anstrengend. Verkauf das. Der muss da weg. Komm schon. So. Alter. Mammutpanzer weg. Komm schon. Ich muss doch jetzt unbedingt mal... Ich komm hier einfach nicht dazu. Ich komm nicht dazu. Ne. Alter. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen... Ja, deine Mammut ist weg. Sehr gut. Dann hier den. Trifft der? Der trifft. Wunderbar. Alter, da kommt die Nächsten. Auf den Raketenwerfer da. Komm schon. Äh. Ah, der macht hier schön Rabatz. Ja, der macht schön Stress hier. Finde ich gut, ey. Finde ich gut. So, dann schieß mal da hin. Du triffst dann, ne? Ja, sehr geil. Alter, die Mix, ne? Die Mix. Na, egal. Okay, gut. Dann hab ich jetzt erstmal hier wieder... Wie viel Kohle kostet das denn? Ne, ne. Dammt nochmal. Da oben kommt schon wieder was. Ich muss mich grad mal ein bisschen konzentrieren, ja? So, dann baue ich jetzt endlich mal ein paar Kampfpanzer. Oder eine Artillerie. Dann probiere ich nochmal dem die Energie anzukratzen. Und die Sammler passt bloß auf, ey. Ich kann's mir nicht leisten, nochmal Sammler zu verlieren. Und was kommt da schon wieder an? Was kommt denn da schon wieder an? Und hier oben auch. So. Alter, und hier auch. Alter Schwede. Eisane... Ah, ne, hab ich gar nicht. Ah, scheiße. Ich will grad eben einen eisernen Vorhang machen. Und das schafft ihr. Und das schafft ihr doch. Ach, ja. Alter Schwede. Oh Gott. Und der nächste Sammler, ja. Gut. Hau da ab. Alter. So, dann kann ich jetzt endlich mal ein paar Panzer bauen hier. Und diese Kackmix von dem nicht wehren, ne. Alter Schwede. Noch ein Mammutpanzer, ey. Ah, das schaffen die. Das schaffen die. Das ist okay. Ich muss mich mal langsam hier freikämpfen. Ich muss mich unbedingt mal hier freikämpfen. Das geht nicht mehr so weiter. Das geht nicht mehr lange gut. Ich muss mich freikämpfen. Schieß da rein. Komm. Einmal da rein. Zack, alle weg. Einmal hier reinschießen. Alter. Das ist richtig unverschämt, was der macht. Richtig, richtig krass. So. Gut. Panzer. Einfach Panzer. So. Dann einfach aufpassen, wann der das nächste Mal kommt. So, da unten versucht er wieder irgendeinen Mist zu machen. Hier oben auch. Okay. Gut. Schlachtkreuzer. Hier oben drauf. Komm schon. Alter. So. Unterstützen. So. Alles klar. So. Da kommen die scheiß Raketenwerfer. Du sollst da oben drauf schießen. Ich dampf nochmal. Nicht da unten. Ja, toll. Und die Türme sind wieder weg. Super. Alter Schwede. So. Weg damit. Weg damit. Und der eine ist schon mal weg, bevor der was machen kann. Das ist schon mal gut. Komm schon wieder die blöden Helis von dem, ey. Fuck. So, damit weg. Und ein Bunker. Sehr gut, ey. Sehr gut. Ich hab jetzt erstmal ein bisschen Ruhe wieder. Sammler. Die Sammler. Aufpassen. Aufpassen. Hubschrauber bitte da oben drauf. So. Alter Schwede. Oh, meine Konosphäre ist wieder alt. Du Scheiße, ey. Einmal. Artillerie bitte. So. Und nach Hause. Komm schon. Keite den halt ein bisschen. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Nein, das reicht nicht. Warum schießen die auch nicht alle auf den Panzer? Oh, Mann. Nein. Hey, du. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Das gibt es nicht. Immer die gleiche Scheiße. So. Ja, toll. So viel zum Angreifen hab ich jetzt nicht. Der kann mal hierhin schießen. Oder Ah, Moment. Da unten ist eine Kiste, ne? Da unten ist eine Kiste. Da ist, glaub ich, Kohle drin, ja. Ich muss nochmal wieder einen Sammler bauen. Das ist... Alter. Ich komm hier zu gar nichts, ey. Ich komm hier echt zu gar nichts. So, aber die Kiste zum Glück. Die Kiste, ja, ja. So, Geld. Raus da. Sammler bauen. Los. Und die Verteidigung steht noch. Sehr gut. Wie viele Sammler hab ich jetzt noch? Einen nur noch, ne? Ah, super. Einen Sammler. Oh, Mann. Mach die mal weg. So. Boah, das ist ganz schön anstrengend, Freunde. Muss ich ja mal ganz ehrlich mal sagen. Das ist schon eine würdige letzte Mission, ja. Und der trifft leider nicht. Gut, dann wieder hier drauf. Puh, endlich mal ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Gut, Flak. Und am besten noch einen dritten Sammler. Alter. So. Gut, alles klar. Unzureichende Finanzmittel. Gut. Ja, Freunde, wie gesagt, also... Eine sehr anstrengende Mission. Ich bin sehr fokussiert jetzt gerade. Weg damit. Weil die... Verlangt mir alles ab. Und ich nehm auch schon genau eine Stunde auf jetzt. Schon krass. Schon krass. Okay. Okay, okay. Zum Glück hab ich den hier, weil der hier hat mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Oh, hier ist das Ganze erst weg. Super. Ja. Der Hammer muss es gleich weg. Einmal schießen noch und dann... Und tschüss. Nein, noch einmal schießen. Danach mach ich die Sammler platt. Aber erst mal das, was hier unten wieder ankommt. Okay.